Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6. In der letzten Folge haben wir, beziehungsweise fangen wir es mal so an. In der letzten Folge hat Harald eine eigene Religion gegründet und geht mal ein bisschen auf den Kieker, nämlich den Protestantismus. Können wir ja nochmal kurz anschauen. Auch wenn der Arktismus zumindest in Skien komplett vorhanden ist, in Christian Sand wird der Arktismus stärker. Aber vor allem in Niederos, der heiligen Stadt des Protestantismus. Ja, ist das ein bisschen doof. Aber wir werden mal schauen, wie sich das Ganze mal für später verhalten wird. Ich hoffe natürlich, dass es keine großen Probleme geben wird und dass wir den Protestantismus vernichten können. Ich hoffe bloß, dass das funktioniert. So, hier unten könnten wir eigentlich noch einen, ähm, keinen Bahnhof um Gottes Willen, ähm, wie heißt, Bauernhof. Könnten wir noch einen Bauernhof bauen, damit wir hier vielleicht noch ein bisschen was von Heureka für die öffentliche Verwaltung erhalten. Das wäre relativ praktisch, weil 15 Runden ist halt schon eine ganze Menge gerade. Und das ist dann auch nicht so toll. Hier drüben könnten wir noch eine Stadt gründen eigentlich. Da drüben könnten wir eigentlich noch eine Stadt gründen. Das wäre es eigentlich. So, Feudalismus hat große Fortschritte gemacht. Klingt natürlich auch ganz gut. Und hier würde ich gerne... Agra plus 2... Wie mache ich das denn? Ich glaube, ich werde dich mal in die Hauptstadt versetzen. Und in der nächsten Runde dann einen... Eine Handelsroute. Ich brauche da tatsächlich... Nein, geht doch. Ich dachte schon, ich brauche da eine Nahkampfeinheit, um das zu clearn. Aber anscheinend doch nicht, Gott sei Dank. In Kairo könnten wir vielleicht mal ein Äquadukt bauen. Hier an der Stelle ist doch schön. Dauert zwar 12 Runden, aber Äquadukte finde ich wirklich sehr, sehr ästhetisch. Auch wenn ich mich ganz ehrlich frage, wie das hier funktionieren soll. Weil das ist so ein ganz kleines Rädchen. Aber das werden wir dann sehen. Niedeross. Wir könnten natürlich nach Niedeross rein. Wäre, glaube ich, sogar das Schlauste. Weg beginnen. Schauen wir mal, wie sich die Religion verhält. Ich hoffe, dass das alles ohne Probleme funktioniert. So, was haben wir denn noch? Handelskapazität erhöht schon wieder. Das ist gut. Und hier könnten wir dann ein Apostel kaufen. Heißt, Apostel wird gekauft. Auch wenn ich nicht ganz weiß, wofür der Apostel gut ist. Harald mit Vilnius. Mehr Wohnraum. Und die große Bibliothek interessiert mich nicht. Wozu ist ein Apostel genau gut? Gut, ich habe das Prinzip noch nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist halt. Ich wollte eigentlich noch einen Händler bauen. Drei Runden. So. Drei Runden. Da oben ist ja noch ein Barbarenlager. Ganz toll. Ganz toll. Ganz toll. Ganz toll. Könnten wir hier sonst noch vielleicht irgendwo was bauen? Eigentlich ja nicht unbedingt hier einen Stufenbrunnen. Ja, bauen wir da noch einen Stufenbrunnen hin. Genau an der Stelle müssen wir schauen, wie ich das am besten noch mache. Wie ich das am besten noch mache. Das Einzige, ich sollte hier jetzt bei dieser Folge unbedingt auf die Zeit achten. Da die Folge sonst vielleicht ein etwas abruptes Ende haben wird, da die Festplatte komplett voll ist. Also die Festplatte ist dann wirklich komplett voll. So, Glauben missionieren könnten wir machen. Inquisition einleiten bräuchten wir jetzt nicht unbedingt. Aber ich könnte den Glauben missionieren. Ist das eine gute Idee? Warum nicht? So, der Kauf von Missionaren und Aposteln kostet weniger. Äh, der Druck nimmt nicht ab. Die religiöse Ausbreitung durch Druck von benachbarten Städten ist 25% stärker. Wird auf 50% erhöht, wenn Druck erforscht wurde. Äh, das klingt gut. Heiliger Orden oder Schrift? Heiliger Orden oder Schrift? Heiliger Orden oder Schrift? Das ist die Frage. Machen wir mal den Heiligen Orden. Bestätigen das Ganze. Doch, ich glaube, Heiliger Orden klingt ganz gut. Heiliger Orden klingt ganz gut. Attacke! Und genau hier zwischen die zwei Reisfelder könnten wir noch eine Stadt gründen. Da wollte ich eigentlich noch einen Siedler kaufen, aber hab's irgendwie vergessen. Ja, Postel, verfügbar, bla bla, braucht keiner. Das braucht keiner. So. Möchte jetzt mal die nächste Runde beginnen. Harald Hadradi. Mein Angebot, ihr Angebot. Mhm. 21 Gold und offene Grenzen. Warum nicht? Dann werden wir uns mal mit Harald etwas gut stimmen momentan. Norwegen handelt mit Indien. Aha. Interessant. Das hätte ich jetzt ehrlich nicht erwartet. Ganz toll. Ja gut. Was ist das? Wir sind nicht mehr so zerreden des Stadtstaates, Vilnius. Das ist schlecht. Dafür bräuchten wir dann fünf Sozerene auf Handelsweg entsenden und hier einen großen Künstler rekrutieren. Hm. Gefällt mir auch nicht so unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Armbrustschützen verbessern. Burn Odin wird besser. Burn Odin wird besser. Dann heißt er besser Odin und nicht mehr Burn Odin. So. Mhm. Jetzt müsste ich mal kurz zur Planung übergehen. Schaut's hier aus mit der Religion. Hier kommt langsam der Protestantismus in meine Stadt. Das gefällt mir nicht. Auch wenn ich natürlich Indien spiele und den Bonus eigentlich ausnutzen müsste von Indien. Aber irgendwie gefällt mir das nicht. Ich möchte jetzt einen Religionssieg haben. Genau das möchte ich haben. Hm. Und genau das meinte ich übrigens mit dem Aquadukt hier. Da ist so ein kleines Rädchen. Wie soll dann das ganze Wasser hier hochgepumpt werden? Damit das dann in die Stadt fließt. Das verstehe ich nicht ganz, wie das funktioniert. Aber okay. Da wäre der Campus gleich fertig. Das ist gut. Theoretisch müssten wir auch hier irgendwie die Grenzen verbinden. Einen leeren Geist durch einen offenen Geist zu ersetzen. Müssten wir auch noch die Grenzen irgendwie verbinden. Damit das nicht so einfach irgendwelche Exklaven sind. Sondern ein zusammenhängendes Reich. Ja, was passiert hier gerade? So. Dich könnten wir tatsächlich nach Vilnius schicken. Sollen wir? Ich würde sagen, ja. Drei Gold, ein Kultur. Warum denn auch nicht? Weg beginnen. Dann haben wir da einen Gesandten mehr. Und auch eine Straße hin. Ist wahrscheinlich gerade besser. Tschüss Speer. War schön mit dir. So. Hier können wir ja schön aufräumen. Ohne irgendwelche größeren Probleme zu haben. Mit Fernkämpfern ist das natürlich ein leichtes. Verschanzen. Verschanzen klingt gut. Wo sollten wir dann Siedler... Ich glaube in Kairo wäre es am besten einen Siedler zu nehmen. Da müsste man dann aber schauen. Militärtaktik. Huietokali braucht man nicht im Bikini ja eigentlich auch nicht. Kartografie. Schiffswerft. Arsenal von Venedig. Das klingt am besten. Das Arsenal von Venedig. Darum nehme ich mal das hier. Ich könnte natürlich auch Mahabodhi-Tempel gewährt. Zwei Apostel. Hagia Sophia können einmal Religion zusätzlich verbreiten. Oder nen Siedler für vier Runden. Mahabodhi-Tempel. Mahabodhi-Tempel? Mahabodhi-Tempel. Könnten wir da oben hin. Und Hagia Sophia muss an eine heilige Städte angrenzen. Ist natürlich beides schlecht. Muss an eine heilige Städte angrenzen. Ja gut, dann bauen wir hier eben ein Mahabodhi-Tempel hin. Warum denn auch nicht? Mahabodhi-Tempel sind ja schön. Mahabodhi, Mahabodhi. Großer Leuchtturm. Den möchte ich eigentlich unbedingt haben. Frage ist bloß. Moment mal. Ich glaube, der Koloss, der hatte da einen Bonus, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer mehr. Das dauert mir aber alles viel zu lange. Darum baue ich hier mal nichts. Hafenverschiffung. Aha, brauchen wir nicht. Handwerker brauchen wir nicht. Dann baue ich einfach hier sonst noch irgendwie was hin. Zum Beispiel ein Handelszentrum an diese Stelle. Und in Damietta, da ist ja hier der Campus fertig geworden, könnten wir eigentlich auch gleich die Bibliothek hinterher schmeißen. Warum denn eigentlich auch nicht? Schauen wir mal. Die Religion. Der Protestantismus wird in Vilnius stärker. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir tatsächlich gar nicht. Hm. Müssten wir schauen, wie wir es machen. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es am schlauesten wäre. Entweder Krieg erklären gegen Harald. Oder hier mit unseren Missionaren versuchen hinzugehen. Aber das klappt nicht so sonderlich, weil das eben eine Hauptstadt oder so eine religiöse Stadt ist. Aber ich könnte theoretisch noch mal schauen. Ich kann irgendwie trotzdem... Hab ich keinen Tempel? Hab ich keine Tempel? Muss einen Apostel ausgegeben haben, um die Inquisition einzuleiten, bevor sie Inquisitoren kauft. Sie werden dann in einer Stadt mit einem Tempel gekauft. Hab ich hier eine Stadt mit einem Tempel? Habe ich einen Tempel? Oder habe ich nicht? Wo steht denn das hier? Irgendwo müsste das drin stehen. Ich habe einen Tempel. Warum kann ich das also nicht machen? Wahrscheinlich, weil ich tatsächlich einen ausgeben muss, im Sinne von nicht missionieren, sondern tatsächlich ausgeben. Hm. So wenigstens bleibt der Arktismus in Skien relativ gut. Müssen wir halt tatsächlich schauen. Wir haben Barbaren entdeckt. Ja, das soll mir da relativ schnuppe sein. Weil die Barbaren jetzt auch wieder weg sind. Ganz zufällig natürlich. Ich habe da natürlich nicht nachgeholfen. Ich habe da natürlich nicht nachgeholfen. Ja, Annehmlichkeiten braucht gerade keiner. Wir möchten irgendwie versuchen, das Ganze hier schön zu machen. So, er hat irgendwie seinen Siedler nicht verwendet. Oder ich sehe das noch nicht. Eins von beiden. Und hier... So, das haben wir jetzt abgeschlossen. Lauter Papiere und Formulare. Der ganze Staatsapparat ist wie eine Festung aus Papieren, Formularen und Regeln. Tja, wir könnten jetzt eine Allianz gründen. In der Theorie zumindest. Die Frage ist bloß, nützt uns das was? Eigentlich ja. Stadtverteidigungsstärke brauche ich gerade nicht. Darum sage ich da lieber Bedienstete. Jo, die Politik steht. Und dich bringe ich mal nach Agra. In Agra bist du gut aufgehoben. Und Burn-Udin zieht mal hier nach... Äh, nie ohne Seife waschen, nach Westen. Ich habe jetzt natürlich das Ganze bloß auch Spaß gemacht. Ich weiß natürlich, wo Ost und wo West liegt. Das ist alles bloß ein Spaß. Darum lachen wir darüber. Nämlich, haha, 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 haha. So, Monarchie. Und Mont Saint-Michel. Aber ich glaube, wir haben kein Schwemmland hier in der Nähe. Schaut auch eher schlecht aus. Natürlich, hier hätten wir was. Da oben hätten wir was. Aber schaut eher schlecht aus. Bauernhöfe haben wir nicht genügt. Doch haben wir sogar. Dann wird eben hier der Feudalismus erforscht. Warum denn auch nicht? Ich frage mich gerade sowieso, was wir großartig noch machen sollten. Mh, 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 mh. Unsere Beziehungen neutral. Gute Handelsbeziehungen, unterschiedliche Regierungsformen, Freundschaftstreffen und offene Grenzen. Das klingt natürlich alles ganz gut. Ich werde mal eine Delegation schicken. Und sie ist angekommen. Wir haben sie mit einem Festmahl im Langhaus. Willkommen geheißen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Er ist kultiviert. Das ist schön. Wir haben ihnen eine Delegation geschickt. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Gut. Ja, dann sagst du Tschüss. Was steht denn hier? Ein unbekannter Spieler wurde besiegt. Das ist prinzipiell nicht schlecht. Da wir jetzt bloß noch Harald haben. Und noch drei Spieler? Zwei Spieler? Das wäre die Frage. Ein Spieler wurde besiegt. Hm. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wie das dann funktioniert. Aber Kairo benötigt mehr Wohnraum. Nein, benötigt er nicht. Kairo benötigt kein Wohnraum. Kairo ist zufrieden. Kairo denkt noch zu viel an Salahadin. Darum soll Kairo keinen Bonus bekommen. Der Protestantismus in Niederos wird schlechter. Das ist gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Hm. Sollen wir noch einen Apostel bauen? Ich würde sagen, die einzigartige Kultur, die euer Volk entwickelt, ist wahrlich beeindruckend. Ja, das finde ich auch. Dankeschön. Dankeschön. Hm, 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 hm. Ja, was ist jetzt schon wieder? Eine große Persönlichkeit. Das ist natürlich auch sehr schön. Du hast immer noch keinen. Du bräuchtest noch fünf EP. Gebe es hier unten vielleicht noch irgendwo ein Barbarenlager, um noch fünf EP zu bekommen. Einen großen Wissenschaftler, Omari Shayam, löst dir noch für zufällige Technologien und für eine zufällige Ausrichtung aus. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so sonderlich. Aber ich möchte auch nicht passen, weil ich nicht weiß, was danach kommt. Eureka, Moment. Ja, komm. Rekrutieren den. Und sagen auch gleich, du musst dich auf einem fertiggestellten Campus befinden. Ja, dann geh halt schnell hier rüber. So, zwei Heurekas für Erkundung, für Astronomie und für Druck. Druck ist natürlich toll, aber das haben wir ja nicht ausgewählt. Also ist das nicht so toll. Aber ist egal. Gut. Das würde ich mal sagen, ist die letzte Runde. Norwegen hat mit einem Krieger ein Barbaren aus dem Posten entfernt. Naja. So, was sagt die Religion? Wir sind in der Renaissance. Was man auszeichnen, verpacken und in Masse produzieren kann, ist weder wahr noch Kunst. Tja, hier drüben kommt auch der Arktismus. Das einzige in Skien kommt der Protestantismus ganz schön schnell. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir tatsächlich überhaupt gar nicht. Verbotene Stadt. Joker-Politikplatz klingt natürlich gut. Hier im Portal-Appor-Last. Diplomatie-Politikplätze brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Die Verbotene Stadt wäre, glaube ich, gerade am sinnvollsten. Darum schauen wir mal, was noch Schönes erwartet. Mehr Wohnraum. Eine Eingebung für Humanismus. Äh, ja, das ist gut. Das brauche ich nicht. Heureka für das Ra-Segel. Und, hallo, Reformkirche auslösen. Bringt uns alles jetzt nicht so sonderlich viel. In Damietta könnte ich noch einen Handwerker bauen. Den bräuchte ich nämlich jetzt. Aber, ich würde sagen, das war es jetzt für die heutige Folge von Civilization 6. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in der nächsten Runde kümmern, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann irgendwie hier um Harald. Und hier habe ich übrigens noch ein, direkt drin habe ich noch ein Barbarenlager, um welches ich mich vielleicht kümmern sollte. Attacke! Dieses Barbarenlager sollte ich vielleicht, äh, zerstören, bevor die Handelskutsche wieder zurückkommt. Auf jeden Fall, das war's. Bis dahin. Tschö, tschö.